Hallo meine Freunde in der Sonne, da sind wir wieder und heute gucken wir uns Tourette-Hater-Interview, Familie und Freunde reagieren auf Hater-Kommentare an. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Familie und Freunde auf die Hater-Kommentare reagieren und wie viele mit dem Hate vor allen Dingen umgehen. Viele gehen ja mit Hate andersrum als andere, manche nehmen sich das leider, leider sehr zu Herzen und ich frage mich aber, muss ich ganz ehrlich sagen, ich frage mich auch immer wieder bei den Leuten, die solche Hater-Kommentare im Internet schreiben, was sie sich davon erhoffen. Ich habe zum Beispiel auch ein paar Hater, kann ich mit Leben, vollkommen in Ordnung, dann kommen so Leute, lösch dich, du bist scheiße, sieht scheiße aus, lösch dich, dann frage ich mich aber immer so, ja genau, auf dich habe ich gewartet, ich mache nur meine ganzen Videos, mein ganzes Leben habe ich nur auf dich ausgerichtet und wenn du jetzt schreibst, lösch dich, werde ich sofort, klar, klar, ich werde mich sofort löschen, ich werde alles machen für dich, ich werde Wohnung kündigen, am besten noch hier Arbeit, Job kündigen, ich werde mich aus dem Internet löschen, nur weil du, ich habe nur alle Videos für dich gemacht. Und ich spreche da ganz bestimmte Hater an bei mir auf dem Kanal. Was ich noch geiler finde, ähm, die Hater sind ja auch, ähm, sehr kreativ, ne, also es kommt, äh, außer lösch dich, kommen manchmal auch noch andere Sachen. Was ich aber immer sehr schön finde, es gibt's Hater, die kommentieren dann immer unter mehreren Videos und die gucken sich aber das ganze Video immer an. Also, es gibt dann wirklich Leute, die gucken sich dann wirklich so 10 Minuten an oder wirklich das ganze Video an, mehrere Videos von dir. Da frage ich mich auch, okay, du guckst dir jeden Tag 4, 5 Videos an, kommentierst, jeden Tag einmal mindestens. Die Frage, was hast du davon? Also, ich scheine ja wohl für ihn sehr interessant zu sein. Also, danke, ne, vielen Dank, ne, dass ich, äh, für dich eine interessante Person, äh, bin. Ich, ähm, ja, versuche mich da auch immer, ähm, ja, ich versuche dann immer mit solchen Leuten auch im, äh, im, äh, real life, sag ich mal, zu argumentieren, ne. Ich versuche mich dann auch, äh, sachlich zu artikulieren und, äh, versuche dann Argumente aufzubauen und dann sind sie meistens nach einer kurzen Zeit still. So, mal gucken, wie die anderen drauf reagieren. Du, bist der Wasser kommst. Ha. So geil bist du gar nicht, du B***. Ich bin keine. Ich bin keine Muschi. Nein. Nein. Ventena aus dem Kvickimark. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem YouTube-Kanal. Jan und ich haben heute mal ein etwas ernsteres Thema vorbereitet. Ihr kennt es ja schon von einem anderen Format von uns, wo nur wir auf Hater-Kommentare reagiert haben. Der Blick an Zeit von Jan. Wir probieren es jetzt einfach mal aus und haben einige unserer Freunde gefragt, ob sie nicht auch mal auf einige Kommentare zu reagieren, die sie bekommen haben, um vielleicht auch mal so eine andere Sichtweise reinzubringen, wie andere Leute mit Hate im Internet und, äh, umgehen und vor allem auch reagieren. Wir wünschen euch sehr viel Spaß bei dem Video. Dankeschön. Hallo, ich bin die Tina und ich bin die Mama vom Tim. Hallo Mama. Tina total sympathisch, aber ich bin immer noch Team Marion. Man kann ja beide sein. Ja, jeder hat so seine. Ich bin auch Team Marion. Die ist halt wenigstens nicht voll. Das stimmt. Nicht. Hi, ich bin Lisa. Ich war auch schon mal auf diesem Kanal. Ich glaube auch in einem Schulvideo. Und ich freue mich heute sehr, hier zu sein. Die ist voll nüpf. Du lässt mich hier nur f***. Kannst nichts. Geh dich vergraben. Also erstmal, der Kommentar stimmt erstmal gar nicht. Weg mit dem Kommentar. Der ist finito. Und, und, und jetzt wieder so. So ein Kommentar. Da frage ich mich so, was erwartet der jetzt mit dem Kommentar? So, erwartet der jetzt auf eine Reaktion? Denkt der so, yo, ich hab's dir richtig gegeben. Die wird das ganze Leben jetzt ändern. Die wird sich jetzt hassen. Was erwarten die Leute? Übrigens, kleiner Funfact. Es ist immer schön, wenn man dann auf solche Hater mal auf den Account geht. Gerade auch auf Twitter. Und die dann ihr Account mit Instagram oder sowas verbunden haben. Und dann man sieht, dass so kleine Knöpfe sind, so 13-Jährige. Die, weiß ich nicht, von der Mutter zu wenig in die Fresse bekommen haben. Weil, wenn ich der Vater wäre, ich würde, würde mein Sohn, würde mein Sohn einmal so im Internet irgendwas sagen. Oder mit Menschen respektlos umgehen. Denn, ich würde den Windel weich prügeln und mindestens 10 Jahre im Keller einsperren. Mindestens. Das könnte ein Grund sein, wieso ich keine Knöpfe habe. Könnte. Muss aber nicht. Ja. Hier nur das Smileys. Und einer davon ist ein Kackhaufen. Das ist ganz wichtig. Einer ist ein Kackhaufen. Das kriege ich tatsächlich relativ oft. Aber das ist halt eher so. Das nimmt man gar nicht so ernst wie so die anderen Kommentare. Weil das ist halt nicht so angreifend. Das ist halt einfach nur beleidigungsmäßig. Aber wenn der das so sieht, dann lass mir schicken. Ich lache darüber. Aber ich habe immer das Gefühl, dass die Menschen, die so schreiben hier, ihr Selbstbild vielleicht ein bisschen aufpushen wollen. Weil sie vielleicht selber nicht so von der Welt wahrgenommen werden. Ich glaube, solche Menschen haben kein Selbstwertgefühl. Die fühlen sich scheiße. Die fühlen sich selber, sagen sie, ein bisschen Dreck. Ja gut, dann kann ich ja andere jetzt auch wunderbuttern. Hallo, ich bin die Leonie. Hallo Leonie. Und ich kenne Jan und Tim schon etwas länger. Und vielen Dank, dass ich in dem Video dabei sein darf. Leonie, du bist dumm. Also ich habe Abitur. Geiler Konto. Ja, ich bin der Quentin. Ich bin 22 Jahre alt. Ich komme aus Bonn. Ein paar von euch kennen mich vielleicht noch aus dem ersten Schulvideo. Ja, und die beiden kenne ich schon seit Schulzeiten, seit der 8. Klasse. Also ich glaube mittlerweile schon seit 8 Jahren tatsächlich. Du Opfer. Perfekt. Perfekt. Also ich weiß jetzt nicht, wie man auf Opfer kommt. Also ja, habe ich jetzt aber auch, wenn du das so siehst, von mir aus, aber ich finde es jetzt nicht. Ich auch nicht. Dankeschön. Übrigens, ich gehe ja mit nach der Arbeit mit ein paar Kollegen, die ja kurz in der Kiste liegen. Also kurz davor sind in der Kiste zu, nein, kurz vor der Rente, also die, die überspringen die Rente, gehen direkt in die Kiste. Nein, Mann, Spaß. Hallo, kleiner Späßchen. Zwischendurch. Und mit denen bin ich ja öfters jetzt nach der Arbeit mal, ne, Mann ist so unterwegs. Und, ähm, was mir aufgefallen ist, gerade so die jüngere Jugend so, wenn es immer später wird, in der Woche so, wenn die mal zu viel getrunken haben, so, wir hören auch manchmal so Sprüche, ne, und, ähm, da kriegt man so Sprüche ab, du Opfer, äh, du Punkt, Punkt, Punkt. Und, hat mir übrigens vor einer Woche, hat er noch zu mir Opfer gesagt, und da hab ich so gesagt, ne, siehst du irgendwo, dass ich hier blute, siehst du, dass ich hier Opfer von einer Straftat bin, ne, also bin ich kein Opfer, verpiss dich. So, da hat er dann nix mal gesagt, ähm, aber ich hab, ich reagier auch manchmal anders, weil ich bin da sehr weltoffen, was sowas angeht. Ich geh auch gerne zu solchen Menschen hin und hab, sagten so, wie nochmal, es war grad Wind, kannst du das nochmal wiederholen? Ich hab dich akustisch jetzt nicht mitbekommen, und dann ist immer ganz cool die Reaktion von solchen Leuten, so, äh, ich hab nix gesagt, also gar nicht, tut mir leid. Ne, das sind dann immer so die größten Helden. Wie würdest du kontern, wenn dich jemand auf der Straße als Opferin leidigt? Ohne Witz, können ich das nicht. Sagen wir selber und dann anspucken. Und vor allem noch die Maske runterziehen. Genauso. Ich würd's tatsächlich ignorieren, also ich find, man sollte auf sowas dann auch nicht direkt eingehen, dann in der Situation. Mein Name ist Tim Lehmann, ich bin... Weiß'n das? ...21 Jahre alt. Komme aus Bonn und betreibe mit Jan zusammen den Kanal Gewitter im Kopf. Weiß'n das? Die kenn ich gar nicht. Nehme dieses Video auf und reagiere auf Hate-Kommentare, die Jan rausgesucht hat. November gut und schön, aber türkische Mädchen haben mehr Bartwuchs als Tim. Ja, also man muss sagen, ich hab wirklich keinen krassen Bartwuchs. Ich wär froh, wenn ich ein bisschen was von Jan abkriegen würde, ehrlich gesagt. Ey, sei... Tim, sei wirklich froh, dass du... Ich mag ja meinen Bart und ich kann ohne meinen Bart nicht mehr, ne? Aber... Ungelogen... Vielleicht kennen das ja ein paar Männer. Schreibt das mal bitte unten in die Kommentare rein. Ich bin leider in der Lage, in der missligen Lage, dass ich jeden Tag... Ich muss mich jeden Tag, jeden Tag rasieren. Und jede Woche muss ich hier unten mit der Schere rangehen, weil ich sonst nach einem Monat so aussehen würde. Ähm... Das ist nie schön. Das macht auch keinen Spaß. Jeden Tag immer so... Brrrr... 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 Oh! Das war mein... Das war mein Ohr. Okay. Brrrr... Oh, das war mein Auge. Naja, das ist echt nervig. Kann ich euch doch etwas sehen? Ich weiß nicht. Aber doch, in der Spiegelung erkennt man es tatsächlich ein bisschen. Ähm... Man hat jetzt gerade einen Spau. Ja, ich habe leider keinen richtigen Bartwuchs, aber es geht bei Movember ja auch nicht darum, dass es besonders toll aussieht, sondern eher darum, ein Zeichen zu setzen. Und ich denke, das kann man auch, wenn man gar keinen bis kaum Bartwuchs hat. Irgendwie finde ich das Video komisch. Keine Ahnung, ob es an Leonie liegt. Für vielleicht. Und diesen Kommentar habe ich es tatsächlich auch schon gelesen. Glaubst du, es hat an dir gelegen? Aber komisch muss ja nicht schlecht sein. Das ist die Frage, ne? Das ist die Frage. Woran es gelegen hat. Caillou, wir wollen halt gelegen. Warte, nein. Was machen die mit den ganzen Dildos? An die Mamas verschenken, vermutlich. Erst benutzen, dann verschenken. Wieso? Es war keiner mehr da. Und ich habe keinen abbekommen, waren schon alle weg. Schade eigentlich. Das ist aber komisch, ja? Ne, haben wir gerade gekauft. Du siehst aus wie die Wii-Gesichter, die keiner benutzen will. Er ist kreativ. Das ist so kreativ. Ja, das ist, ey komm, das ist kreativ. Ich weiß tatsächlich ganz genau, welche Gesichter da gemeint sind. Aber ich finde, warum wird sie jetzt auf ihr Aussehen reduziert? Ne? Ich finde die hübsch. Ich finde die echt mega hübsch. Ähm. Sind das denn dann immer so, warte mal, der Name ist ja zensiert, ne? Sind das dann so Mädels, die, die selber, weiß ich nicht, selber sich nie attraktiv finden und dann sowas schreiben müssen? So, warum wird die auf ihr Aussehen die ganze Zeit reduziert? So, die sieht sehr gut aus. Punkt. Da will ich auch nicht mal weiterreden. Punkt. Da setzen wir einen Punkt. Aus. Aber mein Mi, also so hieß die Dinger, das war tatsächlich immer sehr schön. Du bist der Wasserkopf. Ha! Das ist auch eines meiner meist kommentiertesten Dinge, eigentlich so Mondgesicht oder so. Oder boah, hast du einen großen Kopf. Wie der Jan der Leonie einfach auf den Hintern haut, Quentchens Gesicht sieht dabei aus wie ein Kugelfisch. Also ich finde jetzt nicht, dass mein Gesicht aussieht wie ein Kugelfisch, ne? Also vielleicht, wenn ich lache, dann ist das vielleicht ein bisschen dicker, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es dann aussieht wie ein Kugelfisch. Das sehe ich anders. Ohohohohohoh! Das ist doch einfach nur Cringe. Ja, also das sage ich ja selber zu mir, muss man noch einmal auf mein TikTok-Account gehen, dann kann man sich schon gut wegcringen. Ja, das finde ich auch. Genau. Das sagt uns Kind Tim von Gewitter im Kopf mit der freimaurerischen Ein-Auge-Geste 666 und dazu ein paar nette Bilder von ihm. Jan und ich sind ja, wie alle sagen, mittlerweile ich anscheinend ja auch schon vom Teufel besessen. Ja, ich denke, jeder, der so... Warte mal, nee, 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 du möchtest bestimmt nicht sagen, warte mal, ich denke, jeder, der normaldenkend ist, weiß, was los ist oder so. Irgendwas, so will der sein. Nee, das, nee, darauf gehe ich gar nicht ein. Wir bleiben bei dem Punkt, sind beide besessen. Tim ist jetzt auch besessen, Punkt. Da möchte ich jetzt kein Wort mehr von dir und Tim. Ihr seid beide besessen, Punkt. Halbwegs bei Verstandes müsste sich bewusst sein, dass das Bullshit ist. Bewusst sein, dass ihr besessen seid. Dass es da leider nicht für diese Krankheit nicht so leichte Erklärungen gibt, wie zum Beispiel, dass Jan einfach vom Teufel besessen ist. Warum bin ich jetzt auch vom Teufel besessen? Ich verstehe es nicht. Habe ich irgendwas gemacht? Nur weil ich einmal so gemacht habe, oder was? Ja, das reicht. Okay, also es ist quasi jeder, der einmal so macht vom Teufel besessen. Was ist denn eigentlich mit den Monockelen-Prägern? Schade, dass Leonie keine Rothhaarige ist, sonst hätte Tim sie schon längst aufgegabelt. Voll auf, die Zwölf! Ja, nee. Nee, keine roten Haare für mich. Wenn das Tina-Tequila ist, dann verstehe ich Tim, wenn er seine Mom geil findet. Oh, danke schön. Warte mal, sagst du das? Doch toll, wenn jemand seine Mutter geil findet. Ja, geil in einem anderen Bezug, glaube ich mal, ne? Also sonst fände ich es schon merkwürdig. Guckt dazu bitte auf dem Kanal von Evay vorbei. Du bist aber echt ne Muschi. Darauf weiß ich jetzt nicht, wie ich darauf reagieren soll. Also, da bräuchst du keine Best. Nein, du bist keine Muschi. Du bist keine Muschi. So geil bist du gar nicht, du B***. So geil bist du gar nicht, du B***. Ja, äh, also er muss es ja nicht finden. Das juckt mich aber ziemlich wenig. Ja, das ist halt wie, das ist halt, die Gisela, die freut sich, dass sie sowas abspielen kann. So, was hat er jetzt davon? Dass er so, dass er so eine Sprachmemo losgeschickt hat. So, äh, wird bei mir hier rein, dann nochmal durch den ganzen Körper, nach einer Stunde hier raus. So, bringt doch nichts. Ja, super, ja, dann sieh das halt anders, ne? Gut. Ja, nicht du B***. Könnt ihr mir meine Spanheit zurück machen? Sehen, was er dann sagt. Ich bin schon mal nicht immer wie ein Mädchen. Was soll ich anderes machen, wenn ich ne Möhre auf den Kopf gehauen kriege? Und die ganze Zeit gefüttert werde? Und wenn mein Hund parallel noch in den Schoß springt und mir wehtut? Dazu möchte ich auch mal ganz kurz was sagen. Ihr wisst, glaube einfach auch gar nicht, wie das ist, ne? Ihr müsst euch einfach mal vorstellen, ihr hättet einen Freund, äh, der Tourette hat. Und, ähm, erstmal, das ist eine Leistung, mit ihm zusammen zu bleiben. Weil die meisten würden dann sagen, ach nee, es ist mir zu anstrengend. Ich kann die Freundschaft mit ihm, äh, halten. Dann das zweite ist, was soll, was soll Tim in der, ähm, Situation machen? Wenn er sich, was soll der machen? Soll er den, äh, Jan schlagen oder was? Soll er sich wehren? Weil der Jan kann ja in dem Moment nix dafür. So. Da, da, da nimmt man das so lieber mit Humor, macht ein Späßchen draus und, und lässt es, in Anführungszeichen, über sich ergehen. So, ich find das voll okay, wie, 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 wie Tim da drauf reagiert. Der, der reagiert halt mit viel Humor drauf. Man bringt doch nix, wenn man dann so sagt, Jan, das war scheiße von dir. Nee, ich hasse dich jetzt. Jan kann ja nix für seine Tics. Das ist nicht anders machbar. Irgendwann tut's halt einfach weh. Also ich würd mal gerne wissen, wie du, derjenige, der das Kommentar geschrieben hat, damit umgehen würde. Das würde mich mal interessieren. Der würde heulen. Weil sie kritisieren teilweise so den Umgang, den ich mit dem Tourette-Sendung von Jan habe, obwohl sie sich selber gar nicht in die Situation hineinversetzen können. Leonie war damals Leo und hatte eine Affäre mit Jan. Ich hab keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Euer Kameramann ist der Erste, von dem ich höre, dass er auch Quentin heißt. Also, ja, irgendwie seh ich das oft in den Kommentaren, dass Leute dann irgendwie schreiben, oh, ich heiß auch Quentin oder so, weil der Name ist jetzt, glaub ich, auch nicht wirklich, kommt nicht so häufig vor, aber... Der ist doch schon komisch. Das find ich jetzt nicht. Vor allem, ich seh's auch gern, wenn Leute dann meinen Namen mit KW schreiben, obwohl ich auch erst mal... Wo ich auch nicht weiß, wie man da aufkommt. Quentin aus dem KWiki-Markt. Genau. Ich frag Andrea, ob du da gezeugt wurdest. Wie voll Tims Mama ist. Hashtag Tina Tequila Rocks. Wann? Wann soll ich voll gewesen sein? Ähm, in dem Video, wo wir eure Köpfe, wo der Tim mein und dein... Da war sie voll. Da war sie voll mit Wasser. Ne, weil... Kopf rein, ins Wasser rein, tunken, da ist sie voll mit Wasser. Ist halt so. Ne? Also hat der Kommentarschreiber ja schon recht. Sie war voll. Kopf ins Wasser gedrückt hat. Ja stimmt, ich war voll mit Wasser. Danke. Mit sonst gar nichts. Like, wer sie noch unsympathisch findet. Zwei Likes. Zwei Likes. Von mir kommt das dritte. Wenn es nur zwei sind, ist okay. Aber ja. Das ist fast die ganze Welt. Wenn mich zwei Leute nicht mögen, komm ich klar. Es gibt safe noch mehr Leute, die mich nicht mögen. Also ich sag mal so, wenn ich hier so Straßen... Wie nennt man das? Straßenreport oder Straßenquizes da angucke hier auf YouTube. Und da welche antworten? Ja, Deutschland hat 6.000 Einwohner. Für solche Leute sind zwei Likes extrem viel, wenn in ganz Deutschland nur 6.000 leben. So, die anderen 80 Millionen sind halt tot, ne? Sind halt weg. Denken wir uns alle nur ein. Tim sieht echt extrem viel Aufmerksamkeit auf sich. Er tut so, als würde er sich nicht wehren können. Und sowas... Und übertreibt voll. So, es bringt ja nichts gegen die Tics irgendwie anzukämpfen oder da irgendwas gegen zu machen. Weil im Endeffekt macht es das Ganze sowieso noch schlimmer. Oder die werden halt umgeleitet auf irgendwas, was genauso kacke ist. Und für Jan ist es ja auch nicht toll, wenn er die ganze Zeit den Tic unterdrücken muss. Beziehungsweise dann sich nicht auch mal so gehen lassen kann. Deswegen denke ich, wäre es nicht hilfreich, wenn ich die ganze Zeit versuche, da sowas gegen anzukämpfen. Weil es das Ganze eigentlich nur noch schlimmer machen würde. Also, das würde mir nichts bringen und Jan halt auch nicht. Ich kannte Leonie schon von den anderen YouTubern, mit denen sie Pranks gemacht hat. Ja, mit mir. Jeden Tag macht sie mit mir Pranks. Jeden Tag. Tja. Wir machen jeden Tag Pranks. Keine Ahnung. Vielleicht sehe ich irgendjemanden ähnlich, aber tatsächlich bin ich nur bei euch auf dem Kanal zu sehen. Bis jetzt. Benjamin Maverick Holmes fragt, habe ich richtig gehört, heißt euer Kameramann Quentin. Mein Mops heißt auch Quentin. Das ist doch der Kameramann. Also dazu kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, der Mops hat auf jeden Fall einen coolen Namen bekommen. Du bist der Mops. Das glaube ich eher weniger. Alter, trag doch bitte nicht baufrei. Siehst du selber nicht, dass du dick bist? Dazu habe ich damals sogar voll das Statement geöffnet. Das habe ich damals mich voll getriggert, dieses Kommentar. Aber denke ich mir so, ich trage, was ich will. Und in dem Video, das ist so geil, da habe ich nicht mal baufrei getragen. Das fand ich auch so witzig. Ich finde das voll, ich weiß nicht wieso, aber ich finde das, klingt total bescheuert, ich finde das aber süß. Die hat hier so eine ganz, ganz, ich weiß nicht wieso. Ich finde das voll süß beim Lächeln. Und bei dem Statement geöffnet habe ich damals mich voll getriggert, dieses äh. Und ja, ich weiß, ich reduziere sie gerade auf ihr Aussehen runter. Ist halt, ich finde sie halt hübsch. Ähm, aber ich finde das voll süß, wenn sie lächeln, weil die kleine Lücke, finde ich absolut geil. Also süß, gefällt mir, ich weiß nicht wieso. Äh, dieses Kommentar. Aber das Lächeln ist mir so, ich trage, was ich will. Und in dem Video, das ist so geil, da habe ich nicht mal baufrei getragen. Das fand ich auch so witzig. Du bist das Echer. War diese Tina nicht schon öfters in Hartz-IV-Sendungen zu sehen? Bestimmt. Da bin ich auch jeden Tag, jeden Tag. Hartz, aber herzlich oder wie hat das? Hä? Nein, weich noch nie. Gibt's doch gar nicht, oder? Als ob es, als ob es eine Sendung gibt, wie Hartz oder hier oben. Sorry, aber. Äh, 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 äh. Ich glaube hier, äh, gleich hier, ne? Ich bin hier gleich aber auch herzlich. Gut, mein Internet geht nie, Handy geht nie. Also, sieh, was gibt's denn eigentlich noch hier? Hier, hier, irgendwas mit Brennpunkt hier. Familienbrennpunkt. Und dann gibt's noch andere Sachen. Da arbeite ich auch jeden Tag. Witzigerweise, kleiner Funfact, das hat mal eine damalige Freundin, ähm, da haben wir mitgemacht. Äh, war eine Woche in Köln für den Dreh. Und, die hat erstmal nur 100 Euro bekommen. Das ist erstmal das Erste. Und das Zweite ist, ähm, die dachten wirklich, das war halt nur ein Dreh. Und sie dachte wirklich, dass sie im, in, in echten Leben so ist. Was ja gar nicht stimmt. Die hat ja dann nur eine Rolle gespielt. Das, das versteht man schon auch nicht. Oder wie hier bei Berlin Tag und Nacht. Wenn da hier, da ist ja damals hier, wie ist der, der, der Daniel oder der David, ist ja hier beim Autounfall gestorben. Und dann, da schreiben welche auch meinen Beileiter, machen welche auch Facebook hier so, 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 Trauerseiten auf. Und, und da geht der, macht der einen Livestream nach der Folge. Weil das viele nicht verstanden haben. Und der wollte es nochmal erklären, dass er einfach aufhören wollte. Und die haben sich da was überlegt, so, dass der halt in der Serie stirbt. Und, da hat er einen Livestream gemacht. Da schreiben viele unter den Livestream. Das ist kein Leid, das ist aufgezeichnet. Es tut mir so leid, dass er gestorben ist. Das denke ich mir auch. Ne, Menschen gibt's, die gibt's gar nicht, aber die gibt's doch. Alles klar, die sieht auch überall auf YouTube, die gammelt so nach Fame. Deswegen bin ich ja auch hier heute im Livestream. So, also Leute, nehmt euch das ganze Thema. Nehmt es euch nicht zu Herzen, wenn irgendwelche Leute, die euch nicht wirklich kennen oder sich kein richtiges Urteil überhaupt euch erlauben können, irgendwelche unkreativen, dummen und stumpfsinnigen Beleidigungen schreiben. Das sollte man sich nicht zu Herzen nehmen. Wenn es mal konstruktive Kritik ist, kann man sich das durchlesen. Sollte man allerdings aber auch nicht so zu Herzen nehmen, falls es sich um eine Person handelt, die einen nicht richtig kennt. Und so, ich denke, die einzige Meinung, auf die man vielleicht hören sollte, sind wirklich die Meinung von Familie und von guten Freunden. Weil das Leute sind, die euch auch richtig einschätzen können und die sich auch mit euch auskennen und wissen, auch wenn sie etwas an euch zu kritisieren haben. Wir hoffen, dass euch das Video sehr gut gefallen hat. Schönes Spiel, Bruder. Könnt ihr das ja mal in den Kommentaren eure Meinung hinterlassen und sagen, falls wir das häufiger machen sollen. Schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare, wie ihr mit Hate umgeht im Internet und wie man, wie eurer Meinung nach, und wie eurer Meinung nach der beste Weg ist, mit Internet-Hate umzugehen oder vielleicht auch mit Beleidigungen, die man so auf der Straße erfährt, was da euer Weg ist, damit umzugehen. Und wir hoffen, wir sehen uns bei einem von unseren nächsten Videos wieder, Leute, bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüssi. Ja, cooles Video. Ich finde das echt schön, dass alle so ein bisschen mit Tumor in die Sache gehen. Ich möchte aber dazu jetzt auch noch was sagen. Und für die Leute, die mir jetzt hier eine Minute nicht mehr zuhören wollen, ihr könnt gerne jetzt aufhören. Wäre zwar schade, aber ihr wisst, ich mache hier und da meins Späßchen. Ich bin ein ganz lustiger Typ, aber ihr wisst auch, dass ich gerne euch was vermitteln möchte. Und es wird immer Leute geben, die mal einen dummen Spruch raushauen. Es wird immer Leute geben, die im Internet auf dicke Eier machen und in Wirklichkeit ganz klein sind. Gibt auch solche Leute gar nichts. Jeder Mensch ist auf seine Art einzigartig. Von außen her, von seinem Charakter her. Jeder Mensch. Es wäre doch total langweilig, wenn jeder Mensch gleich wäre. Gut, wenn jeder Mensch, aber jeder aussehen würde wie ich, okay. Außer die Frauen, die anders aussehen, aber so Kerle, gut. Das wäre dann sehr schön. Wäre ein Traum, aber werde ich nie erreichen. Aber jeder Mensch von euch ist einzigartig und es gibt auch keine hässlichen Leute. Ich höre auch immer mal wieder hier, dass jemand mal rumschreit, bist du eine hässliche oder bist du hässlich? So, es gibt keine hässlichen Leute. Gibt es nicht. Solche Kommentare, ich hoffe auch da draußen, solche Kommentare prallen auf euch ab. Und nehmt euch bitte solche Kommentare auch nicht zu Herzen. Das sind fremde Leute, die kennen euch nicht, die wissen nicht, was ihr vielleicht durchgemacht habt. Und solche Menschen sind vielleicht selber ein bisschen verzweifelt. Die versuchen ihr Selbstwertgefühl damit ein bisschen aufzubauen, dass sie andere Leute beleidigen. Und hier und da sieht man es auch gerne mal in der Bahn oder im Bus oder in der Schule hört man das ja ganz gerne, dass dann über eine Person mehrere Stunden oder mehrere Minuten gelästert wird. Und da sage ich mir einfach, seid auf einer Seite stolz auf euch, weil ihr müsst bedenken, diese Menschen haben euch irgendwie zum Mittelpunkt gemacht. Diese Menschen reden über euch. Die haben nichts Besseres zu tun. Die haben kein besseres Thema. Die haben so ein trauriges Leben, dass sie über euch reden müssen. Dass sie wirklich über euch da draußen reden müssen. Und scheiß auf solche Leute. Ich weiß, viele nehmen sich das extrem zu Herzen. Und es gibt eine Person, der ihr selber was beweisen müsst und auf die ihr hören sollt. Das seid ihr selber. Hört auf euch selber. Ihr müsst niemandem was beweisen. Ihr müsst euer Aussehen für niemanden ändern. Ihr müsst euer Lebensstil für niemanden ändern. Wenn ihr so leben wollt und wenn ihr so aussehen wollt, dann tut es. Ihr müsst euch selber, ihr müsst euch vielleicht was beweisen. Oder ihr müsst euch wohlfühlen mit der Situation, in der ihr gerade lebt. Aber die fremden Menschen da draußen, ganz ehrlich. Und auch die ganzen Leute da draußen, die jetzt gerade so auf YouTube anfangen. Ich weiß, viele nehmen sich das enorm zu Herzen. Ich diskutiere sehr gerne mit solchen Leuten. Ich finde das überhaupt nicht schlimm, wenn da jemand kommt, löscht dich. Oder wenn da jemand kommt, du bist hässlich. Ja gut, was soll ich jetzt ändern? Ja, ich bin für den Typen, das Mädel findet mich jetzt hässlich. Ja gut, ist halt so. Dann guck mich nie an. Dann mach was anderes. Guck jemand anderes an. Und ich weiß, es gibt so viele auch gerade neue YouTuber, die nehmen sich alles so viel zu Herzen. Und leider viele YouTuber oder auch Menschen auf Facebook und Menschen auf Instagram, die dann leider, leider dann irgendwann doch den Schritt wählen zu Selbstmord, weil das für die Leute zu viel ist. Denkt immer dran. Das sind Menschen, die höchstwahrscheinlich selber in ihrem Leben nichts erreicht haben. Die vielleicht selber nie was erreichen werden. Die selber irgendwie was mit einem Selbstwertgefühl haben. Und vergesst nie, es sind fremde Menschen. Es sind fremde Menschen. Die wollen einfach nur trollen. Die wollen einfach nur raushauen, ihren Frust rauslassen. Und wenn ihr wirklich Meinungen hören wollt, wenn mal ein Kritikpunkt im Video steht von wegen, ja die und die Stelle fand ich doof, dann fragt Menschen, die euch wichtig sind. Fragt eure Familie, fragt euren Freunden. Dann fragt die doch mal nach der Meinung. Hört nie auf die ganzen Kaspar. Es werden immer mehr. Es werden immer mehr und die Leute im Internet werden immer lauter. Aber ganz ehrlich, wenn man die da mal echt sieht oder wenn man mal sieht, was eigentlich dahinter steckt, dass die vielleicht selber gerade Probleme in ihrem Leben haben und dass es denen selber scheiße geht oder dass sie vielleicht keine Topmodel-Maße haben, lacht einfach drüber. Nehmt das bitte nicht so zu Herzen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das wollte ich euch nochmal mitgeben. Ihr seid einzigartig. Bleibt bitte so, wie ihr seid. Ändert nur für euch was, wenn ihr was ändern wollt. Und ja, damit sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Haut rein. Und tschüss.